Acrobat DC, das Wichtigste in Kürze. In einem kleinen Überblick stelle ich Ihnen die drei Clouds von Adobe vor. Dann möchte ich auf Kosten und Versionen von Acrobat DC eingehen. Wir schauen uns kostenlose und kostenpflichtige Dienste von Acrobat DC an. Und wir gehen auf die Lauffähigkeit der bekanntesten Plugins in der Druckindustrie ein. Das ist Kallas PDF Toolbox und von Enfocus Pitstop. Dann Neuerungen für mobile Endgeräte. Da ist es wichtig, dass man sich die ganzen Cloud-Verbindungen einmal anschaut. Wir haben Adobe Reader, welcher wieder den ursprünglichen Namen erhält, nämlich Acrobat Reader. Und die neuen Regelungen für PDF-Formulare. Die beziehen sich aber nur auf Acrobat DC. Und dann zu guter Letzt die Benutzeroberfläche von Acrobat DC. Die ist vor allem speziell auf mobile Endgeräte auch angepasst worden. Und am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich werde Ihnen da zeigen, wie Sie sich schnell zurechtfinden können. Beginnen wir mit diesen drei Clouds. Wir haben ganz links die Marketing Cloud. Die ist vielleicht im Vorstufen- und Prepress-Bereich nicht so bekannt. Und ganz rechts die Creative Cloud. Die ist wohl eher allen geläufig. In der Mitte nun neu die Document Cloud. Und was darin enthalten ist, ganz kurz zusammengefasst. Alle bisherigen Dienste, also Acrobat.com, FormCentral, SendNow, EchoSign und so weiter, wurden jetzt in diesem Client, in einem skalierbaren Client zusammengefasst. Ganz wichtig, die Document Cloud genauso wie die Creative Cloud kann deaktiviert werden. Was sind die Kosten von Acrobat DC? Der Acrobat Reader selbstverständlich wieder kostenlos. Acrobat Standard im Abonnement sehen Sie den Preis. Dieser ist jedoch nur auf Windows lauffähig. Und wir haben Acrobat Pro DC und da die Möglichkeit, auch eine Desktop-Applikation zu erwerben, welche dann aber die kostenpflichtigen Dienste nicht enthält. Da möchte ich dann noch genauer drauf eingehen. Acrobat Pro kann als Desktop-Applikation für den Preis von 665 Euro gekauft werden. Kostenlose und kostenpflichtige Dienste. Auch im Acrobat Reader DC haben Sie die Möglichkeit, Online-Speicher etwas zu bekommen. Wir haben Mobile Link, das werde ich Ihnen zeigen. Also Dokumente auf mobile Endgeräte zur Verfügung stellen. Ausfüllen und unterschreiben, das ist auch im kostenlosen Reader möglich. Und Synchronisation meiner Einstellungen von Acrobat DC. Die kostenpflichtigen Dienste, da haben wir, wie gesagt, Echosein und die Acrobat.com, welche zusammen im neuen kostenpflichtigen DC-Abo jedem zugänglich sind. Die meisten Dienste, die Sie hier sehen, gab es also bereits und sie werden einfach neu verpackt. Und ganz wichtig, Abonnenten der Creative Cloud, die haben kostenlosen Zugang zur Document Cloud. Die lauffähigen Plugins, links, Colors PDF Toolbox. Die Firma Colors hat auch die ganzen Pre-Flight-Funktionen in Acrobat DC etwas überarbeitet und noch ausgebaut. Und es gibt von Colors auch das kostenpflichtige Plugin. Ab dieser Version kann das Colors PDF Toolbox Plugin in Acrobat DC installiert werden. Es gibt dabei auch eine Standalone-Applikation. Also diese Software braucht nicht zwingend Acrobat DC. Im Gegensatz zu Enfocus Pitstop 13, diese Version läuft als Plugin in Acrobat DC. Ich habe das Ganze auch schon installiert und werde Ihnen das im Workshop ganz kurz noch zeigen, wie das ausschaut. Neuerungen für mobile Endgeräte hier auf der Seite von Stefan Jäcki, PDF aktuell. Da sagt er ausdrücklich, und das ist nachvollziehbar, die meisten Neuerungen gibt es für Acrobat DC bei mobilen Endgeräten. Ich werde Ihnen in einer Videosequenz den Mobile-Link etwas näher bringen, also wie Sie Dokumente auf iPhone, iPad usw. bringen können. Adobe Reader, wie gesagt, erhält wieder seinen alten Namen, heisst jetzt also wieder Acrobat Reader DC. Unten sehen Sie den Link, wo Sie diesen kostenlosen Reader herunterladen können. Die neue Regelung für PDF-Formulare, es galt bis anhin in Acrobat 10 und Acrobat 11, und das bleibt unangetastet. Wenn Sie über 500 zurückgesendete Formulare erhalten, dann sind Sie lizenzpflichtig. Jetzt in Acrobat DC wird diese 500er-Regel aufgehoben. So schaut die neue Benutzeroberfläche von Acrobat DC aus. Am Anfang, wie gesagt, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Ich möchte Ihnen in den nachfolgenden Filmen das Ganze etwas näher bringen. Es ist vor allem auf mobile Endgeräte angepasst, also responsives Design. Wenn ich hier diesen Rahmen zusammenziehe, dann habe ich vor allem auch auf mobilen Endgeräten die Möglichkeit, all diese Werkzeuge mit meinem Finger anzutasten und dementsprechend gut in der Bedienung anwenden zu können. So, dann sage ich, auf geht's. Auf geht's zu Acrobat DC und wie finde ich mich zurecht in dieser neuen Benutzeroberfläche. Auf geht's.